Hallo, hier ist eure Daniela und ich freue mich, euch auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Hier findet ihr lauter Sachen, die Spaß machen und spannend sind, wie zum Beispiel meine süßen und frechen Gebirgsloris, einen Besuch beim Falkner, meinen Heißfluchtballonfahrt und außerdem einen Fallschirmsprung. Außerdem habe ich sehr viel von der Welt gesehen und möchte das auch mit euch teilen. Es gibt auch noch Sachen zum Lachen und selbstkomponierte Musik. Ihr seid neugierig geworden, schaut gerne mal rein und ich freue mich auf eure Kommentare und Nikes und Abos. Nicht vergessen, die Gruppe zu aktivieren, damit wir keine der neuen Videos verpassen. Hab viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.